Donna lebt schon lange unter uns. Schon mehrere hundert Jahre. Sie ist verbrannt worden vor langer Zeit. Du musst ja nicht kennen gehen. Ihre Seele hat sich in dieser Alta hin verloren. Sie hat sich für ihre schändliche Tat verflucht. Wer sie? Sie? Die Kirle? Nachdem sie das Dorf auf dem Scheiterhaufen verflucht hat, und die Wohner mit der Angst zu tun bekommen, und die Dorfbewohner, werden sie hier begraben, wie neu unter uns. Wenn wir zu tief graben, dann machen wir sie nur noch nicht antraglich. Dann machen wir sie nur noch nicht antraglich.